Sie haben auch ansonsten viel fotografiert auf dem Kiez. Was hat Sie so angezogen an dieser Welt hier? Tue ich heute noch. Ich bin gerade eben auf dem Weg hierher, habe ich ein paar interessante Fotos gemacht. Und ich habe immer eine kleine Kamera in der Tasche stecken. Ich sage immer, auf St. Pauli kann man alles fotografieren, was passiert. Man braucht nicht verreisen. Man hat Multikulti-Gesellschaft, man hat alle Nationen da, man hat alle Lokalitäten, Clubs von allen Nationen da. Auf St. Pauli ist immer was los. Sie kamen ja drauf, warum ich hier fotografiere. Ich wüsste nicht, wo ich das alles direkt geliefert bekomme, vor die Nase. Früher musste ich bis Gorleben, Brockdorf, Gronde fahren. Heute haben wir hier auf St. Pauli sehr interessante politische Verhältnisse, will ich es mal vorsichtig ausdrücken.